Hallo zusammen! Hier bin ich wieder nach langer 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 Zeit. Es kommt mir wirklich schon ewig vor. Ich habe es auch wirklich unvermisst und freue mich jetzt, dass ich wieder vor der Kamera sitze. Ist natürlich wieder ein bisschen komisch, aber ich habe es wirklich vermisst. Sorry, dass ich so lange weg war. Ich habe es ja angekündigt, falls ihr das gesehen habt. Der Grund war ja, dass ich gezügelt bin bzw. ich mit meinem Schatz zusammengezogen bin. Und ja, es ist sehr sehr chaotisch noch alles. Also es geht drunter und drüber bei uns. Ja, weil wir zwei Wohnungen haben zum Auflösen, weil wir haben fast keine Möbel mehr bzw. wir haben entschieden, das meiste neu anzuschaffen, aber da geht natürlich auch nicht alles auf einmal. Darum haben wir jetzt wirklich noch so viele Kartons rumliegen. Und ja, also es ist wirklich chaotisch. Aber ja, ich wollte einfach wieder loslegen. Ich habe euch einfach nichts zu sagen zu dem Zeitpunkt, wann dann das nächste Video kommen wird. Einfach, wenn ich wirklich mal Zeit, Ruhe und Lust habe, werde ich die dann wieder vorgetragen. Ich habe ja heute mal so eine Liste gemacht mit den Videos, wo wir gerade in Synchro sind, wo ich euch noch zeigen will. Und das allein sind schon plus minus 20 und es sind sicher noch nicht alle. Also es werden sehr sehr viele Videos kommen. Ich kann euch einfach noch nicht sagen, wann. Und ja, damit da einfach nicht ein Hallo Video bleibt, habe ich entschieden, ich zeige euch heute gerade noch mein Duft in Februar. Es sind sehr sehr wenige Sachen. Hauptsächlich, weil ich ihn natürlich nicht von Anfang an gedüftelt habe, also von Anfangs im Monat, sondern ja sogar Mitte, glaube ich, angefangen habe. Zum Zweiten wird es generell jetzt in Zukunft immer weniger sein, weil, also, die ich euch zeigen werde, das wird natürlich jeden Monat kommen. Aber durch das, dass mein Schatz leider auch Migräne hat und die Düfte nicht so vertreibt oder allgemein nicht vertreibt, haben wir jetzt so abgemacht, dass ich hauptsächlich in meinem Zimmer sozusagen, also da, Düfte tun und dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt noch im vierten Zimmer. Das ist noch nicht sicher, aber ja, früher habe ich halt, als ich noch allein gewohnt habe, jeden Abend in drei Zimmer gedüftelt. Dementsprechend auch mehr gedüftelt. Ja, jetzt ist halt ein bisschen weniger. Was aber auch was Positives hat, dass ich momentan nicht mehr so extrem viel bestelle, weil ich ja schon so viel Wachs habe und ja, jetzt halt auch länger braucht es zum Aufbrauchen. Aber ja, ich möchte euch natürlich gerne zeigen, wann ich verdüftet habe. Also, ich habe das Düfteln auch aufgemisst, in ein paar Wochen, wo ich nicht habe können. Und ja, ich würde sagen, zeige euch die jetzt. Und ich habe es jetzt auch nicht sortiert, nach europäischen USA-Shops, weil es wirklich so wenig ist, sonst mache ich ja da auch. Meine Favoritenkiste ist sozusagen, glaube ich, irgendwo noch eingepackt. Also, da habe ich jetzt auch nichts aussortiert. Ich sage euch aber, wenn jetzt ein Favorit dabei ist vom Monat Februar. Jetzt im März bin ich auch schon fleissig am Düfteln. Da habe ich auch schon ein paar Sachen aufgebraucht. Die werden ihr dann natürlich Ende März sehen. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, noch ein recht herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Wirklich, ich habe mich gefreut, dass mich nicht so viele Leute abonniert haben. Es hat natürlich einige gegeben, was ich auch verstehen kann, weil ja, wenn ein paar Wochen keine Videos kommen, dann kann das passieren. Also, kann ich voll verstehen. Aber ja, es ist viel weniger schlimm gewesen, als ich gedacht habe. Und ja, wirklich für Herzen, grosses Dankeschön. Und ja, ich hoffe, die zukünftigen Videos gefallen euch dann immer noch. Gut, genug gesprochen. Wir legen los. Ich habe auch ein paar grössere Sachen, also grössere Mengen gehabt, darum ist es vielleicht auch ein wenig weniger. Ich fange gerade mit etwas recht Grossem an. Und das habt ihr auch schon gesehen, weil ich glaube, im Januar, Dezember habe ich mit dem Duft angefangen. Das ist so ein Scoopable Wachs von Tiffany Candles aus den USA. In der Duftrichtung Cotton Candy Marshmallow. Der ist göttlich, wirklich. Ich habe ihn oft zum Blenden genommen, aber gegen den Schluss habe ich ihn wirklich ein wenig Uni aufgebraucht. Und der ist super. Also, er ist sehr stark von der Duftabgabe. Und erstaunlicherweise für das, dass es Zuckerwatte und Marshmallow ist, hat er einen extrem starken Eigenduft. Also, sonst finde ich, sind ja da eher Blendtüft ein wenig dezenter. Aber der ist so süss und stark. Also, mega, mega lecker. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir den wieder mal nachkaufen würde. Dann habe ich ein Blümchen aufgebraucht von Winter Chicksense, auch ein USA Shop. Ja, und ich glaube, vieles oder das meiste ist immer noch von 2015. Also, ich bin lange noch nicht durch mit dem Wachs von 2015. Das ist der Duft. Ich weiss nicht, wie man das ausspricht. Cheese Shires Green oder wie auch immer. Das ist eine Mischung aus Lavendel, Birthday Cake, Cotton Candy Frosting und Marshmallow. Jetzt muss ich schnell dran schnüffeln. Ja, genau. Ich hatte ein wenig Angst, dass mir den nicht so gefällt. Ich liebe ja Lavendel-Duft, aber mehr so ins frische Kräuterige. Und da sind natürlich so süße Foodie-Noten dabei. Aber er ist von der Duftabgabe gut gewesen und nicht so süß. Und ich mag ihren Lavendel eigentlich sehr. Ja, ist lecker gewesen. Wer jetzt aber für mich persönlich kein Nachkauf-Kandidat kann. Die eine Luft, die mich wirklich mega überrascht hat in Warm, ist von Beautiful Fragrances. Und zwar den Duft Agave Lime. Ich hoffe, es ist nicht so dunkel, aber wir haben hier noch keine Lampe. Also die an der Wand oben. Aber ich glaube, es geht. Und ja, im Kalt habe ich gefunden, er hat eine komische Note von dem Agave. Aber in Warm ist der Hammer gewesen. Also er hat eine starke Duftabgabe gehabt. Die Limette ist erstaunlicherweise nicht einmal so extrem führig gekommen, sondern eher das Agave. Und ich habe, glaube ich, vorher noch nie einen Agave-Duft gehabt. Und, oh herrlich. Ich würde ihn nicht einmal als fruchtig einstaufen, sondern er hat für mich mehr so einen Sparcharakter gehabt. Ein frischer Spar-Duft und wirklich intensiv und knapp an meinen Favoriten vorbei. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie mir den wieder einmal nachkaufen würde, wenn ich nicht schon so viel Wachs hätte. Dann einer der Bestseller von Wohlfühle Momente von Doris Duftstübli. Ich habe einen ganzen Bag aufgebaut in der Duftrichtung Kaffee Küsschen. Ja. Ich glaube, den Duft kennen die meisten. Oh, er war auch wirklich super. Ein sehr starker Kaffee Duft. Süss, aber nicht zu süss. Und von der Duftabgabe wirklich auch stark. Also, ja. Also wirklich hammerfein. Sehr intensiv. Ich glaube, er ist jetzt auch irgendwo noch in einer Custom-Liste von ihren drin. Ich würde ihn theoretisch auch noch abstellen, aber eben weil ich so viel habe. Aber ja, in Zukunft würde ich mich da sicher wieder einmal dazu eintragen. Ich liebe Kaffee Duft immer noch nach wie vor. So, dann ein Sandshot von Super Tarts einem USA Shop. Der Duft heisst King Crow. Ich glaube, ja, Game of Tarts Kollektion, also Game of Thrones. Den habe ich ausgemacht. Den gibt es wirklich selten. Meistens, ja, wenn ich merke oder ich verträge vom Kopf her nicht. Oder wenn ich merke, Migräne fängt an. Und ich habe wirklich dann Migräne gehabt. Das ist eine Mischung aus Snowy Peppermint und AF Fierce. Ich glaube, AF Fierce ist ein bekanntes Parfüm. Ich glaube, ein Heerenparfüm. Und ja, die Parfüm-Note war auch die dominanten Note. Also sehr dezent. Die Pfefferminz-Note hat man schon wahrgenommen. Aber es ist definitiv ein sehr schwerer Heeren-Duft. Ein bisschen in die Herberichtung gehend. Und ja, also der Duft-Kombi an sich hat mir schon auch nicht gefallen. Und wie gesagt, ich habe ihn kurz darauf wirklich Migräne bekommen. Dann habe ich ihn abgemacht. Und ja, also definitiv kein Nachkauf-Kandidat. Ja, dann haben wir noch drei Sachen. Dann wären wir auch schon durch. Von Front Porch. Das ist ein Melt von letztem Jahr. Und den habe ich letztes Jahr gekauft. Ich glaube ja, es waren so zwei Gravitarts aufgebraucht. In der Duftrichtung. Lavender Eucalyptus. Und der hat mich auch mega positiv überrascht in warm. Weil so in kalt duftet es hauptsächlich noch recht stark. Und nachher fast so ein bisschen stechendem Eucalyptus. Ich habe gedacht, oh oh, hoffentlich ist ihn warm dann nicht so extrem. Aber der auch. Also von der Duftabgabe sehr intensiv. Aber er hat auch mehr so eine Spannote gehabt. Als wirklich so etwas Kräuteriges, Frisches. Also der Lavendel ist dann wirklich noch gut rausgekommen. Und ja. Also ganz einen schönen Duft. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich glaube, den nochmal in meiner Sammlung. So. Der zweite letzte Duft ist ein ganzes Bag, den ich aufgebraucht habe. Und zwar von der Firma Rose Girls. Eine sehr bekannte Firma in den USA. Ja. Eine von den begehrtesten würde ich fast sagen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so. Also ich habe jetzt einiges von Ihnen probiert. Ja. Ich finde es gut, aber nicht hervorragend. Darum. Also ich habe jetzt glaube ich noch ein oder zwei Bags von dieser Firma. Und verspüre eigentlich nichts zu verlangen, um dort noch zu bestellen. Da habe ich den Duft Ohlala aufgebraucht. Ich weiss da leider nicht mehr die genau Duftbeschreibung. Und ja. Vom März 2015. Also zwei Jahre alt. Aber ich muss sagen, die Duftabgabe ist wirklich gut. bis stark gewesen. Ich habe hier raus geschmückt. Pink Sugar und irgendwas Keksiges. Ähm. Ja. Eben. Pink Sugar mit Keks oder Piecrust oder was auch immer. Gibt es ja in vielen Shops. Ist ein wenig ein üblicher Blend. Habe ich eigentlich auch sehr gerne. Pink Sugar nach wie vor mein Lieblingsduft. Ja. Er ist gut gewesen. Eben auch von der Duftabgabe wirklich noch gut bis stark. Aber jetzt so nichts Neues. Und wo ich denke, ich muss die Mischung unbedingt wieder von dem Shop haben. So. Dann kommen wir zum letzten. Und das ist wirklich so eine grosse Tüte gewesen. Also da habe ich wirklich auch einige Mal dran getüftelt. Das ist von meiner Sniff My Tarts Custom Order gewesen. Und wenn ich mich nicht tue, ist die glaube ich auch so im März 2015 gewesen. Und ja. Und ja. Da habe ich mir selber einen Blend ausgedenkt. Und zwar ist das Brezel, White Cake und Maple Sugar gewesen. Und ich muss sagen, der Blend hat mir erstaunlich gut gefallen. Zum einen ist da glaube ich bis jetzt der Duft von Sniff My Tarts gewesen. Für meine Nase, die bis jetzt am intensivsten gewesen ist. Also da ist wirklich auch sehr starke Duftabgabe gewesen. Sonst habe ich noch nicht so Glück gehabt mit Sniff My Tarts. Und die Mischung in kaltem, so lala, aber in warmem. Wirklich mega fein. Also der Maple Syrup, der Ahornsirup, hat so ein wenig keine Karamellnote oder so drin gehabt. Die Brezelnote ist leicht durchgekommen mit dem kuchigen. Also es ist ein voller Foodie Duft. Auch recht süss, aber eben nicht so extrem süss. Und oh, der ist wirklich wirklich lecker gewesen. Also der hat mich echt positiv überrascht. Ja, und das wäre es schon gewesen. Also wirklich nicht viele Sachen, aber eben zum Teil halt bis man so einen Bag aufgebraucht hat. Ihr kennt es ja selber. Und ich tue ja noch eigentlich recht grosszügig verdüfteln, aber ja. Ja meine Lieben, das wäre es also schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und ja, ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Ja, also ich hoffe, dass ich den Sonntag eventuell Zeit habe, um wieder ein, zwei Videos vorzudrehen. Und ja, also es wird sicher nicht jetzt wieder so lange gehen, bis ich wieder auftauche. Aber ja, ich kann es euch jetzt halt nicht genau sagen. Und ich möchte ja nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ihr Lieben, hebt euch Sorge. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.